hallo leute und herzlich willkommen zu einem nicht neuen video hey leute das ist mein erstes video auf tablet heute zocken wir heute zocken wir heute schöne socken ja ich weiß nicht groan groan ist unser name ok leute ja wir sind hier diese schöne wohnung war das spiel nee also jetzt kann man uns gehen holen lassen wir heute uns welches gehen so und wir nehmen welchen skin sollen wir nehmen das jack septic einnehmen und jetzt beginnen mit diesem spiel ich bin ein schöner wurm schon mal ob wir den töten komm 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 du bist nein nein ich raste aus du mit deiner scheiß tik tok werbung gell ok leute heute zocken wir mit sniller punkt juf jetzt hab ich noch mal oh mein gott wie junger er mag pewdiepie und warum geht der dann in meinen arsch rein wieso meine leute wir sind schon so groß mann wir sind schon so groß das ist mein erstes video leute das werde ich jetzt auf meinen kanal schicken holly zick zack zack zick zack schön komm her ich töte den und er ignoriert das ist kroatisch ignoriert das hey ich will eher einen besseren wurm finden als es nicht diese losers hier also what the fuck pewdiepie bei brofest brofest leute ich mag schon pewdiepie oh mein gott oh nein dein arsch gehe ich nicht rein ich wollte einfach nur mein ziel ist heute einfach nur zu zehn tag platz zu werden so schwer kann das du willst du nicht sein ich will dich bitte oh nein nein nein, so ist gut...nein ich mache gerade video ich muss... du? du? das, du wie? doch mach mal mit dieser jaaaa komm her du spiel komm her... oh fuck...äh ich bin schon so groß alter... hoch옆leute gelte aber die mark 56 ich soll ein bisschen dsrich haben die nicht verhanchten was falls wie gut.'"gute ich bin einfach nur gerade durchgekommen habe ich gesehen wie knapp das war warte warte nimm diesenгуter er sich selber ermordet okay also ehrlich sind schon so groß in drei minuten what the fuck die tötet nicht den kleinsten wurm wir nennen uns heute nicht koran sondern groan 710 ja wir könnten zähler werden wir können zähler werden wir finden jetzt einfach so den ersten platz stellt euch mal nicht vor ich widerspiele einfach den tdm das ist nicht in tdm das spiel das spiel nicht mal nicht mal mehr hey bruder du bist einfach in mich rein nein 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 ja leute ich bin back oh mein gott ich junge ich sehe gerade so gut und große verdammte würmer ich kann dieses dreck spiel nicht mal steuern ich brauche irgendwie einen guten quäbbel kopf es ist quäbbel bodest du fucking bitch fucking bitch so ich bin wieder zurück und ich habe endlich mal ich bin dreimal davon noch gestorben jetzt reicht mir jetzt werde ich dir scheiße alle blöden leute killen hungry snake wenn du hungry bist dann komm her komm her wenn du es gott holy shit okay das war übel dass keine ahnung warum ich das geschafft habe wie habe ich den jetzt gekillt gerade ich habe null plan hoch was ein scheiß buchernsohn nein raus darfst du hier nicht hungry snake du bist eine hungrige schnecke weißt du wie hungrig ich bin ich bin groß und ich bin ich habe immer noch hunger kannst du das stehen bitch holy shit leute junge wir sind schon fast so groß wir haben wir sind schon dass sie diese fast diese größe die wir schon längst eigentlich hatten oh mein gott ey come on come on come on kommt verfolgt mich doch ihr kleinen bitches wenn ihr mich wollt kommt doch her kommt doch nochmal her wenn ihr mich wollt kommt ja holy shit kommt ja kommt ja ich mach jockey jockey moves chase hacker chase der hacker ich bin nicht mal ein hacker also nicht so ne fuck er sich selber oh mein gott er sich selber umge- umgeschüttet leute ich will doch einfach nur platz nummer zehn sein die um sind nicht groß lässt runter gehen noch mal vorsichtig bitch er killt sich selber was ist das für ein noob ey deutschland mal sehen und mich leute killen wollen tja ihr denkt auch nur ne tschoki 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 holy shit was sperrst du iphone 6s was hast du mit iphone 6s alter hast du den oder was also 3 von 6s oh gott hier geht es ja runter schon no ich such gerade den größten ey schon der zehnte oder der erste oder sowas oh du wirst mich killen komm her doch hi jack mein bruder ist doch eher der jack septic ice skin oder den ich auch gerade habe das stimmt ok leute ich weiß nicht ob ich mir sicher sein soll die kleinen zu killen ich meine die wollen mich kann ich machen aber holy shit alter what the fuck is happening was wollen die alle von mir mann ehrlich ey also really komm her der erste ist tot ok der erste ist schonmal tot nein 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 meine essen nimmt die alle nicht weg sonst hat die alle scheiße really ok 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 wir können oh mein gott wir können dieses essen und wir können den blauen umkreisen leute ich glaube wir haben die größte wir haben die scheißgröße ich glaube wir sind gleich zehnter leute oh alter 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 yo yo er hat sich selber ermordet eigentlich wieso hat er das nicht gemacht vielleicht ok er konnte wahrscheinlich oh mein gott wir sind zehnter wir sind zehnter wir sind zehnter wir sind zehnter was hahaha muhahaha ja lach halt so blöd wir müssen ey wer mag es nicht muhahaha ok du heißt so und du machst selbstmord schön ist es nicht also zwei jo 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 hogy ist mir egal ob ich sterbe wir haben es wenigstens zum top zehn geschafft die top 10 liste wir sind auch gleich neunter ich glaube sie sind wirklich neunter dieser type center habe ich noch ich noch ein bisschen ja ich hatte glaube ich okay heute wie sind achter sind achter wir können holy shit alter wie knapp ist es gerade ja 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 nein 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 so viel nimmst du mir jetzt nicht weg weg ich mache es nicht oh mein gott leute wir sind sechs wir sind sechs wir sind sechs wir sind sechs ich habe keine ahnung wie ich das überlebe ich habe keine ahnung wie ich das ganze überlebe und er macht selbst scheiß mord alter was ist das für ein typ dieser typ ist wirklich so dumm noch ein bisschen wir sind fast erster ehrenwort ehrenfach ja 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 wir haben so langsam die dreh raus big dog okay du willst nicht großer hund bist du ein großer hund oder wie kann das hund überhaupt spielen ja man leute wir werden erster sein ich glaube wir werden wirklich erste sein ich bin zweiter leute ich bin wirklich zweiter ich bin der zweite platte leute holy shit holy shit er muss sich killen er muss sich killen er muss sich killen ey leute ich muss ihn killen sonst bin ich nicht erster stöpig 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 man hey du 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 denkst auch ich haue ab okay 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 ein bisschen nur noch ein bisschen nur noch really noch ein bisschen noch ein kränze kleines bisschen und dann sind wir erster er muss kill er muss gekillt werden er muss gekillt werden es tut mir leid aber du musst gekillt werden serie sorry 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 holy shit oh mein gott erst gestorben wir sind erster wir sind erster spielen wir noch ein bisschen also wir sind erster leo wir sind erster junge junge ja was wir können uns selber gehen lassen okay komm ich lass mal mich killen so okay hey leute holy shit hey leute wir waren erster mein erstes video und ich bin erster in diesem spiel oh mein leute das doppelte trick kann ich sogar schwören man ihr wisst ganz genau wie man kann er leicht schicken also weiß nicht leute ich mal kurz auf spiel auf leute drauf okay leute das was mit dem scheiß heutigen video warum trägt das so rum bin ich cool oder was also leute ich bin gut okay spaß ich weiß nicht wenn ihr seid ihr noch gut okay leute schreibt die kommentare ob ihr mehr wollt und ja tschüss bis morgen